Thomas hat mir nochmal die Gelegenheit gegeben, über ein Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt und was in meiner Akademie den Teilnehmern immer sehr viel bedeutet. Es geht vorwiegend darum, wenn du schon sehr lange in diesem Bereich bist, der Persönlichkeitsbildung und schon wirklich viel an dir gearbeitet hast, dann gibt es immer wieder Punkte, wo man nicht weiterkommt. Das heißt, du arbeitest jahrelang, vielleicht jahrzehntelang an den gleichen Dingen, hoffst immer wieder, dass es jetzt geklappt hat und trotzdem bist du wieder in dem alten Muster drin. Dafür gibt es einen Grund und diesen Grund zu kennen kann sehr befreiend sein und auch eine Richtung geben, wie man weiterkommen kann. Dieser Grund liegt darin, dass nicht alle Probleme, die wir in unserem Leben emotional haben, darin begründet sind, dass wir auf der mentalen Ebene ein Problem haben mit irgendwelchen negativen Glaubenssätzen oder mit dem, wie wir denken. Es gibt noch eine andere Ebene, die in dieser Hinsicht, was unsere Gefühle betrifft, sehr viel bedeutender ist sogar noch und zwar die Ebene der Konditionierungen. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Wenn du als Kind immer wieder, wenn es dir schlecht ging, weil du dir weh getan hast oder traurig warst, mehr Zuneigung bekommen hast, also einfach immer von deinen Eltern mehr Liebe, weil es dir gerade schlecht ging, um dich zu trösten, dann verbindet sich das Gefühl der Liebe und das Gefühl von Leid. Das heißt, dass du traurig bist oder sowas. Das verbindet sich im sogenannten Emotionalgedächtnis des limbischen Systems. Also in unserem Gehirn gibt es ein zweites Gedächtnis. Dort werden aber keine Erinnerungen abgespeichert, sondern einfach nur emotionale Kopplungen. Und etwas, was wiederholt in deinem Leben gleichzeitig passiert, wird dort gekoppelt. Zum Beispiel die Kopplung von Liebe an Leid. Und dann kann es passieren, dass man Leid sucht, weil in dem Moment, wo man Leid empfindet, empfindet man auch gleichzeitig Liebe und die Liebe ist uns wichtiger wie Leid. Das kann dafür sorgen, dass man sich zum Beispiel in der partnerschaftlichen Liebe einen Partner aussucht, bei dem man ein gewisses Leidpotenzial hat. Oder ich nehme ein Beispiel, was dich sehr wahrscheinlich nicht betrifft. Es gibt Menschen, die wurden in ihrer Kindheit von ihren Eltern unter Umständen ziemlich stark dominiert. Ihr eigener Wille wurde unterdrückt. Diese Dominanz, immer wenn sie was Eigenes wollten, wurden sie entsprechend abgelehnt. Und immer wenn sie gemacht haben, was man ihnen gesagt hat, wenn sie brav waren, bekamen sie ein Mehr an Zuneigung. Dadurch wird man als Kind konditioniert. In diesem Emotionalgedächtnis entsteht quasi eine Kopplung. Das kann dafür sorgen, dass man dann später bei der Partnerwahl immer nach einem Partner sucht, der einen dominiert. Die anderen interessieren einem gar nicht, die sind langweilig, in die kann man sich nicht richtig verlieben, weil nämlich Liebe an Dominanz gekoppelt wurde in der Kindheit. Und wenn keine Dominanz da ist, kann man die Liebe auch nicht empfinden. Das heißt, man sucht sich auf dieser Basis dann immer einen Partner, der einen dominiert, weil dann hat man die Möglichkeit, sich zu verlieben. Jetzt sagt uns unser Verstand natürlich, mit so jemandem kann man nicht wirklich eine glückliche Beziehung führen, der einen ständig unterdrückt und dominiert. Das sagen einem dann auch alle Freunde. Nur man sucht sich dann vielleicht auch mal einen anständigen Mann oder eine liebe Frau, die nicht die ganze Zeit rumzickt und einem niedermacht. Es fühlt sich auch irgendwie richtig an, das so zu tun, vom Kopf her. Aber man kann sich dann trotzdem nicht richtig verlieben. Also beendet man die Beziehung wieder und verliebt sich wieder in jemand, der einen unterdrückt und dominiert, weil Liebe an Dominanz gekoppelt ist. Und so ist in unserem Emotional-Gehirn vieles gekoppelt. Also viele Emotionen sind miteinander gekoppelt. Zum Beispiel Liebe an Angst. Wenn du immer wieder mit einem bestimmten Partner, bei deinem ersten Partner vielleicht, als Teenie noch immer wieder Angst hatte, der könnte dich verlassen oder betrügen oder sowas. Und gleichzeitig aber die Liebe gespürt hast. Wenn du wiederholt Liebe und Angst gleichzeitig spürst, wird es wieder im Emotional-Gedächtnis gekoppelt. Und das sorgt dafür, dass du dann auch später im Leben immer wieder nach Partnern Ausschau hältst, die dir gefährlich werden können. Das heißt, Menschen, die dir Angst machen, dass sie dich verlassen könnten. Das heißt, du suchst dir zielgerechnet genau die Partner aus, bei denen es eine große Gefahr gibt, dass sie dich betrügen oder sonst aus irgendeinem Grund hängen lassen, fallen lassen. Die sind interessant, weil da kannst du Liebe füllen. Wenn du gleichzeitig die Angst fühlst, wenn Angst und Liebe gekoppelt ist. Das sind Mechanismen, die nichts mit unserem Denken zu tun haben. Das heißt, die finden auf einer ganz anderen Ebene statt, im sogenannten limbischen System unseres Gehirns. Das ist das Zentrum der Emotional-Intelligenz. Und was man mittlerweile aus der Gehirnforschung weiß, unsere Großhirnrinde, also alles, was wir mit dem Verstand tun, was wir intellektuell tun, auch intuitiv tun, hat keine Verbindung, keine direkte Verbindung zum Emotional-Gedächtnis. Das heißt, das, was dort konditioniert ist, da kommst du einfach nicht dran. Und wenn du jetzt irgendein Problem im Leben hast, ob es jetzt ein Partnerschaftsproblem ist oder ein Problem mit Geld, nehmen wir mal das Problem mit Geld, haben ganz viele Menschen. Viele Menschen verbinden mit dem Wunsch nach mehr Geld mehr Weite, das heißt mehr Freiheit. Sie verbinden damit mehr Schönheit, mehr Licht. Sie verbinden damit mehr Leichtigkeit, also ein leichteres Leben und auch ein lebendigeres Leben mit dem Wunsch nach Geld. Doch der Wunsch schafft nicht unsere Realität, der schafft nicht unsere Realitätserfahrung und auch nicht unsere Gefühle. Das heißt, wenn man die Leute dann fragt, was empfindest du denn tatsächlich, wenn du an deine jetzige, aktuelle, finanzielle Situation denkst und an deine Zukunft? Empfindest du dann Sicherheit, wenn es um deine Existenzsicherung geht oder Unsicherheit? Was hast du wirklich mit Geld gekoppelt? Einengung oder Weite, also Freiheit? Oder bist du mit allen möglichen alltäglichen Notwendigkeiten gezwungen, morgens auf eine Arbeit zu gehen, wenn du die gar nicht gerne machst, dir Dinge zu verkneifen, die du dir gerne leisten möchtest und so weiter und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass du mit deinem jetzigen Status quo in Bezug auf Geld, nicht mit dem Wunsch, sondern mit der Realität, wie sie jetzt ist, eine schwere Energie verbindest, also eine schwere Emotion, eine dunkle, eine enge, eine leblose, wo alles irgendwie keinen Sinn zu machen scheint. Wenn das der Fall ist, dann gestaltet das deine Alltagserfahrung und auch deine Emotionen. Und das Problem ist, alles was du über Denken machst, das heißt Glaubenssätze, die du veränderst, du kannst hunderttausend Glaubenssätze in die positive Richtung verändern, wenn in deinem Emotionalgerinn eine Kopplung ist von Geld an Mangel, von Geld an Machtlosigkeit, an Angst, von Liebe an Angst oder von Freude an Angst und Mangel und so weiter. Lebensfreude. Dann kommst du mit deinem normalen Denken dort nicht dran, auch nicht mit konventionellen Coaching-Methoden. Und das ist der Grund, warum ganz viele Menschen von Seminar zu Seminar rennen, immer wieder an den gleichen Themen arbeiten und sich nichts ändert, weil eben diese normalen Coaching-Methoden nicht an das Emotionalgedächtnis rankommen. Es gibt einige wenige Methoden, mit denen das möglich ist und wenn man weiß, es gibt eine andere Ebene, dann ist es einfach sinnvoll, diese Methoden anzuwenden und nicht immer ständig auf der mentalen Ebene Glaubenssätze oder Ängste zu verändern, wenn das eigentliche Problem viel, viel tiefer sitzt. Das, was in meiner Akademie sehr viele Menschen befreit, wenn sie das hören, ist diese Selbstverurteilung, dass man es immer noch nicht geschafft hat, weil man macht und macht und macht und geht auf dieses Coaching und auf dieses Seminar und liest noch tausend Bücher und im Endeffekt kriegt man es nicht geregelt und fängt dann an, sich selbst zu verurteilen, sich selbst als Versager zu beurteilen, sich immer tiefer runter zu ziehen und Selbstwertprobleme zu bekommen. Dabei versucht man die ganze Zeit nur etwas, was nicht möglich ist. Aber es ist natürlich möglich, auf dieser emotionalen Ebene zu arbeiten und direkt an dieser Stelle anzusetzen. Das machen wir in meiner Akademie auch, aber es ist eben nicht möglich, das direkt zu machen. Wir brauchen Vorbereitung. Also es gibt keine einzige Coaching-Methode, mit der man das machen kann, mit der man direkt auf der emotionalen Ebene große Veränderungen erarbeiten kann. Der Grund dafür ist, wir werden in unserer Kindheit konditioniert, bevor wir überhaupt denken können. Das heißt, als kleines Kind zum Beispiel bekommst du schon Zuneigung von deinen Eltern, da kannst du noch gar nicht reden, für bestimmte Dinge. Das heißt, du machst irgendwas Tolles, guck mal wie schön das Kind schon laufen kann oder du lächelst und für das Lächeln bekommst du mehr Liebe. Das wird gekoppelt, ganz schnell. Später baut dann in deinem Gehirn dein Großhirndenken auch darauf auf, nämlich diese Liebe immer wieder haben zu wollen. Und wenn du jetzt immer Liebe bekommen hast, weil du etwas toll gemacht hast, dann wurde das im Emotionalgedächtnis gekoppelt. Und dann fängst du an zu überlegen, wie kann ich jetzt immer wieder was Tolles tun? Dann entstehen alle möglichen Glaubenssätze und Motivationen und Erfahrungen dazu, die du dann auch alle bearbeiten kannst. Nur der Schlüsselpunkt ist, im Kern dieser ganzen Geschichte steht diese Kopplung im Emotionalgedächtnis. Wenn du die jetzt veränderst, dann stimmen plötzlich alle Gedanken, die du danach darauf aufgebaut hast, alle Glaubenssätze, die du angenommen hast, alle Motivationen, die du angenommen hast und so weiter. Die stimmen nicht mehr zusammen, die passen nicht mehr zusammen. Deswegen lässt unser Gehirn das nicht zu, denn wir hätten dann eine starke Diskrepanz zwischen dem Gefühl, also zwischen der emotionalen Ebene und unserem Denken. Und wenn Denken und Fühlen sich überhaupt nicht mehr miteinander vertragen, dann kriegen wir einen Identitätskonflikt. Das heißt, unser Gehirn vermeidet es. Auf dieser emotionalen Ebene kannst du deswegen dann erst arbeiten, wenn du auf der mentalen Ebene schon sehr viel bereinigt hast, sodass es dort eigentlich schon ganz gut in Ordnung ist. Und dann kannst du an den Kern, an den tiefer liegenden Kern der Dinge herankommen. Alleine das zu wissen, ist wie gesagt schon für viele Menschen eine große Erleichterung, weil sie dann einfach aufhören mit der Selbstverurteilung. Denn sie wissen, sie haben etwas versucht, was einfach gar nicht möglich war. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg auf deinem Weg und hoffe, dass dir das vielleicht ein bisschen geholfen hat, mit dir etwas liebevoller und netter umzugehen. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.